Henry, du Weihnachtskuh, du riechst nach Kot, kann schnickst dazu. Henry, du bist behindert und ein Kind. Hör mir mal gut zu. Ich steck meine Spraydose in dein Ohr. Willkommen Leute, hier bei einer Runde Erri, er Henri, er Henry. Vorgeschlagen, auch wieder von Sebastian. Ich drück einfach mal auf the play, okay. Ich hab jetzt die Kamera umgestellt, weil das Licht ist so, oh, guckt euch meine Haare an. Frisch geduscht, aber schon wieder so eklig king gewichst, egal. Schaut, ich spiel jetzt so. So närrisch, ich spiel so. Hallo? Look at this cat. I think it's drowning. I must ret it. Ich weiß nicht, wie man irgendwas retten kann hier. Oh, was liegt da? Was liegt da? Ein Blatt. This is so good. Gut, ich hab noch keine Katzen gefunden. Doch, hab ich. Ah, ach so, ich kann ihn mit E aufheben. Ah, natürlich. Keys. 0 von 5, okay. 1 von 9. Gut. Oh, wie das. Man ist kurz normal und auf Speed. Normal Speed. Okay. Spray paint can acquired. Look at this. Ich kann hier, äh, ich kann so, äh, tch, 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 tch. Guck, Achtung. Oh. This is so f... gull. Naja, okay. Gehen wir mal weiter hier in den Bereichen, in dem ich noch nicht war. Oh mein Gott, was ist das? Also, bis jetzt ist es so peasy. Ich dachte, das wär ein Horrorspiel. Oh, unter Wasser, äh unter Wasser. Im Crouch-Modus kann ich nicht sprühen. Okay. Ah. Look at, wie er so drauf guckt. Ich habe nichts gemacht. Wie hat er gerade eben geguckt? Oh, warte mal. Das hört sich immer so krass an. Als wäre er ein Kind oder so. Wow. Leute, das Spiel ist zu toll. Sebastian. Rendering Frozen. Das sehe ich auch. Das Rendering hat sich gerade immer aufgehängt. Dafür kann ich natürlich nichts. Das ist der Ausgang. Hier. Da, wo der Urinstrahl aussieht wie ein Haus, Igloo. Da ist der Ausgang. Katzi. Was ist die Katze? Das ist so eklig. Ah, Waterfall Cat. Die war da drin. Hold left. Click to drag where you've been. To tag. To tag, nicht drag. Könnt ihr nicht lesen? Das ist so schnell. Door locked. Naja, gucken wir mal, was wir hier oben haben. Oh Gott. Hallo. How can I help you, Ori? Heißen die Viecher, Henry? Oder? Jetzt ist die Tür bestimmt offen. Natürlich. Hallo. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt arge Angst bekomme, Monsieur. Monsieur Sébastien. Das ist ziemlich lächerlich, das Spiel. Also ich, äh... Ne, ich fall gleich vom Stuhl. Oder vielleicht doch nicht? Hallo? Ah, scheiß Moskitos. Okay, okay. Alles ist cool. Kann man da auch springen? Das ist nicht der richtige Weg, habe ich gerade eben gehört. Das habe ich gestern in der Bild-Zeitung gelesen. Das ist der Weg da hinten, da sind Moskitos. Aber ich gehe lang. Ich gehe lang. Ah. Mene. Bitte nicht. Henri, bitte. Da geht's zurück. Ich mache mir immer die Wege, die zurückführen. Ich mache mir das hier auch kurz. Achso, hier ist ja gar kein... Hier ist ja gar kein... Ja, hier lang. Nur wenn ich die Wahl habe, natürlich. Also ich mache ja nicht bei einem geraden Gang einen Strich zurück. Ich bin ja nicht behindert. Wie das verschwimmt. Er ist aber auch echt hart auf Steroiden, wenn er so rennt. Es ist zu hell bei mir im Zimmer. Also ich muss hier so ein bisschen... Das ist ein bisschen eklig. Aber wenn es dann dunkel ist, sieht man mich nicht auf der Cam, wisch? Katzi. Oh, da liegt sie ja schon. Das war so einfach. Das war so einfach. Oha. Was? Stopp. Wie kann ich aufhören, das zu... Wie er draufsteht, aber auch direkt. So, nochmal kurz. They, äh... Was? They white coats have kept me... Achso, das geht schon wieder um unsere Irrenanstalte, Leute. Ähm, mit weißen. Ungeziefer Spray. Uhuhu. So, daran geht's zurück. Wenn ich diesem... Sieht schon wieder aus wie ein Schniedel oder irgendwie ähnlich. Was ist da los? Also, was ihr hier... Was ihr mir antut mit euren Schniedeln die ganze Zeit. Oh Gott, wie sich das angehört hat. Ah. 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 Fick, 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 fick. Moskitos. Moskitos. Kurz die Haare aus dem Gesicht. Ich fange schon an zu schwitzen auf der Stirn. Es ist so heiß. Es ist bulleheiß. Oh, das sieht ein bisschen schwul aus. Aber egal. Ich habe mir jetzt ein Haarreif mit meinem Headset gemacht. Ah, da kommen immer noch welche her. Tja, ich als alter Seuchenschutzexperte weiß natürlich, was man dagegen machen muss. Farbe. Hinsprühen. Äh. Okay, also bis jetzt ist es so einfach. Fick, 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 fick. Ah. Bis jetzt ist es so einfach. Ich habe mich noch gar nicht erschrocken eigentlich. Also, es ist echt lächerlich. Bitte lass das eine Katze sein. Du musst doch nicht weinen. Komm her. Ich frühe dich ein bisschen an. Nicht weinen. Hey. Wenn meine Nichte jetzt hier wäre, würde sie hingehen und sagen, nicht schlimm. Nicht schlimm. Wieder gut. Einmal waren wir irgendwo essen. Wir waren beim Döner-Mensch. Wo man reinsitzen kann, halt so ein größerer Döner-Mensch, sag ich mal. So ein Laden, so ein richtiger, ähm, so ein Restaurant. Döner-Ding. Da ist ein Kind hingefallen und die, meine Nichte geht hin und macht, nicht schlimm, nicht schlimm. Wieder gut. Voll goldig. Ist die weinende Frau noch da? Ist nicht schlimm. Hey, wieder gut. Ich weiß, die Wände sind so, so trist. Komm, ich mache es da halt gelb für dich. Okay? Gut. Jetzt hör doch auf zu weinen. Guck mal. Jetzt guck doch mal. Fuck, man. Die kann man echt nicht zufriedenstellen. Fick die Scheiße. Soll es halt mit den grauen Wänden weiterleben. Hinter mir. Nee. Ah. Nee. 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 Ich schwitze unter den Armen schon. Heidei. Wenn ich lauter schreie als das Viech, erschrecke ich mich nicht so arg. Ah. Killing me softly with this song. Na, 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 na. Exit. Du bist magnetisch. Sie ist magnetisch verriegelt und versiegelt. Tja, kein Problem. Ich habe hier nämlich ein Blatt gefunden. Ich hoffe, ich muss die Blätter nicht lesen. Da steht dann irgendwie drauf. Achtung. Du musst eigentlich nur an die Magnettür gehen und dran pinkeln. Dann geht's. Ah. Master Key required. Keys 1 von 5. Katzen 4 von 8. Ich habe eigentlich schon alles gefunden, wenn man so will. Wenn man aufrundet. Dann kommt jetzt bestimmt gleich die Scheiße. Ah. Ma. Ich habe Angst. Ich muss auch gleich einkaufen. Ja. Wenn ich verkack. Ich mache es nicht so oft, bis ich es schaffe. Nee, nee. Könnte mal fortbleiben. Aber du Scheiße. Ah. 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 Fuck. Ich wollte nur mal kurz gucken, wie es aussieht. Mensch. Es hat so schöne Augen. Schau mal in die Augen, Kleines. Und dann nehme ich in. Ich schau mal in die Augen. Was ist da los? Du keine Schlampe. Scheiße, Mann. Ich wusste doch, dass das Viech kommt. Das ist ganz schön schnell. Du kannst meine K... Because... It's already... Ah. Komm. Komm. Ich bin sicher vor dir. Komm her. Oh, Schluch. Wehe. Es kann hier rein. Dann schreie ich wie ein Mädchen. Scheißegal. Ach, du hängst. Ach, wie schade. Ich hätte dich so gerne gefickt. Mit meiner Spraydose. Ah. Also, ich mache mir hier mal ein Ding hin. Und zwar hier ist ein Monster. Smiley. Ach, kommt jetzt nicht... Oh, F***. Hey. Du kommst hier nicht rein. Jetzt verarsch mich nicht, Mann. Ach so, jetzt habe ich es da hier hingeloggt. Jetzt kann ich ja weg. Kill me softly. With this gun. Ah, ha, ha, ha. Na ja, das ist viel zu langsam. Viel zu langsam. Halt kurz die Fresse. F***.